Frau Höhner, Sie sind Vizepräsidentin und Leiterin vom wohltätigen Verein Animal Happy End. Der Verein setzt sich für Tierrettung im Ausland ein. Die Corona-Pandemie betrifft auch diesen Bereich. Wie sieht die Situation momentan aus? Die Leute auf der ganzen Welt haben Angst. Die Leute haben Angst um ihre Gesundheit und natürlich auch die Wirtschaft. Das bedeutet häufig noch grössere Elend für Tier. Die anhaltende Krise in Europa und in der ganzen Welt erschwert sich im Tierschutz. Deshalb braucht es jeder von uns, um Tier zu helfen. Was passiert konkret mit den Hunden, wenn sie in die Schweiz kommen? Wenn sie in die Schweiz kommen, haben sie eine Adoption. Das bedeutet, sie gehen direkt zu der Familie und zu der Person, die den Hund will. Oder den anderen Hund, der auf einen Pfleggstier geht. Gibt es hier speziellere Massnahmen als vorher? Definitiv bei der Ankunft. Wir haben jetzt eine durchgehören. Am 3. April kam eine Ankunft von 37 Hunden. Wir haben einen Platz, wo wir die Hunde übergeben haben. Wir haben einen Unterplatz, wo wir die Hunde übergeben haben. Und da ist ja ganz klar, dass die 37 Leute von den Hunden geholt haben können. Und alle werden am dritten Ort stehen. Wir haben diesen Schritt durchgegeben, wie das gemacht wird. Die Anforderungen und die Bedingungen der Behörden haben wir natürlich erfüllt. Wir haben so grosse Absperrungen gemacht. Es wurde auch ganz eingehalten, weil wir das wollten und konnten durchführen. Und wir sind auch von der Kantonspolizei begleitet worden. Wir haben das gerüchten, ob das alles so ist. Und wir sind sehr zufrieden. Einen grossen Teil Ihrer Arbeit betrifft ja auch die Weitervermittlung der geredeten Tiere. Beeinflussen die Massnahmen vom Bundesrat die Adoptionen eines Hundes? Also ich muss sagen, dass wirklich ein grosser Teil unserer Arbeit ist die Hilfe der Arbeit. Und dann gibt es noch die Vermittlungen. Und ob es Sie fragen, ob es spezielle Massnahmen gibt. Ja, das ist so. Wir führen die Bordkontrollen nicht ganz genau die Bordkontrollen, wie wir sie sonst machen. Das heisst, bevor Sie einen Hund überkommen oder eine Zusage von uns überkommen, machen wir eine Bordkontrollen bei Ihnen zu Hause. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Wir dürfen nicht zu Ihnen nach Hause kommen oder wollen das. Vor allem nicht nur unsere Hunde schützen, sondern auch Sie schützen. Und das hat jetzt ein Mehrband mit sich gerissen, sagen wir jetzt mal. Also Sie gehen unseren Bratenbogen ausführen. Wir gehen da durchschauen. Und dann kommt noch wirklich ein grösserer Aufwand für Sie. Sie schreiben jetzt eine Bewerbung. Sie zeigen, wie Ihr Zuhause ist, wie Ihr Warten ist oder wie Ihr Ohne ist. Und dann gehen wir mit Ihnen auf einen Spaziergang. Das heisst, unsere Bordkontrolleure sind dann eine Person, die mit Ihnen auf einen Spaziergang geht. Das hat sich definitiv verändert. Das hat sich definitiv verändert. Das haben wir uns auch als Grosses überlegen, wie wir das überführen. Aber es spricht für Sie von einem Spaziergang und es funktioniert. Was die Adoptionen z.B. beeinflussen könnte, ist, dass sich die Leute fragen könnten, ob das Tier ein Virus in sich trägt. Aber Sie merken in diesem Sinne nicht, dass die Leute weniger auf sie zukommen würden, wenn sie einen Hund adoptieren würden. Genau, wegen dieser Angst, die da sein könnte. Genau, wegen dem Modus 1-2-T. Als wir den Transport hatten, haben wir zwei Hunde weniger gebracht, weil die Leute davon Abstand genommen haben. Das finde ich auch total in Ordnung. Das sollte jeder für sich selbst beantworten können. Ich denke, jeden Tag sind neu informierend. Das ist sicher wichtig. Und die Virologen finden auch jetzt ja jeden Tag neue Sachen heraus. Ich persönlich denke einfach, dass Tiere, also die Hunde, das nicht übertragen auf den Menschen, wenn es so wäre, könnten wir einen Tiertransport durchführen. Oder weltweit könnten wir Tiertransport durchgeführt werden oder Vermittlungen stattfinden. Wie sieht die Unterstützung und das Interesse an Animal Happy End in der Region Zürich-Oberland aus? In Zürich-Oberland haben wir Vermittlungen, sehr gute Vermittlungen. Da können wir einen Einfluss nehmen, weil die Person ohne Hund von uns auf uns zukommt. Wir haben Pflegestellen im Zürich-Oberland, die für uns mithelfen, die einen Hund aufnimmt, sozusagen als Zwischenstatton, wie sie es zu Hause findet. Und wir haben Vorkontrolleure und Vorkontrolleurinnen, die normalerweise zu den Leuten heimgehen gehen und jetzt im speziellen Spaziergang machen. Wenn man im Moment kein Tier adoptieren wollen, wie kann man Animal Happy End sonst unterstützen? Ich glaube, momentan mit dieser Situation ist es ganz, ganz wichtig vor Ort haben wir. Wir sind in mehr Eiland, weil wir, wie wir vorhin angesprochen haben, wegen dieser Krise, je länger diese Krise dauert, die Leute bei den Armen benötigen, dass ihre Hunde oder ihre Katze fast auch immer neben die Strasse stellen. Das ist immer so, wenn es wirtschaftliche Krise gibt. Und ich denke, wir brauchen sehr, sehr viel Futter. Wir haben mehr Tierheime, aber wir auch bei den Privaten. Und ich denke, ganz normal, wenn man los unterstützen kann, wenn man ein Tier adoptieren kann, wenn man nicht ein Tier adoptieren kann, ob man es in der Vaterschaft unterstützen kann, wenn man es nicht in der Vaterschaft unterstützen kann. Dass man auch in ihrem eigenen Umfeld, wie in ihrer Familie, wie in den Freunden, Aufklärungsarbeit betreibt. Und wenn das nicht möglich ist, mit Respekt zu unterstützen, dann sind wir immer, immer angewiesen. Jetzt noch viel mehr. Und ich glaube, jeder kann etwas Gliesseres oder Grosses oder weniger oder mehr bewirken, um das Leben zu retten. Vielen Dank, Frau Hönner. Sehr gerne. Ich danke Ihnen vielmals für die Anfrage.